Hallo und herzlich willkommen bei RedDogGamble. Ich bin heute für 4 Jagen nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Idle Heroes. Ich werde das Spiel mal starten, voll betreiben und gleich geht es los. Und da sind wir. Ok, ich wollte erst mal das hier abzuholen. Mal melden. Und was gibt es hier? Customs. Negrops Event. Untertitelung. BR 2018 R4.0 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 Ah, den habe ich. Und hier habe ich einen. Hier habe ich auch einen. Ah, zwei. Ja, zwei. Noch zu früh um zu rechnen. Okay. Dann würde ich sagen, dann geht es jetzt mal los hier. Mit den Missionen. Alle Tagesmissionen abschließen. Zehn Stück an der Zahl. Einer war schon fertig. Wir verschicken ihm erstmal die Herzen. Abholen und senden. Okay. Zweimal im Wunschpunkt. Was wünschen? Noch einmal. Okay. Äh, zwei Tavernen müssen dann abschließen. Oh. gut fl Бог im Wunschpunkt. Det ist ja ganz genau das Problem, Und abholen. Einem lieben Genstand im Markt kaufen? Oh, den ja. Okay. Eine Beschwörung durchführen. Ah, da ist nichts. Da ist aber die Kostenlose. Und hier ist auch die Kostenlose. Okay, einfache und hochwertige, haben wir beide gemacht. Drei Kraft in Threadstyle Cloud Liga abschließen. Wie viel? Drei. Drei. Der Schwächste und jetzt eine Million zu stark. 400, ach 42.000. Oh, ja. Was waren die Tanks? Ich glaube, die waren Tanks. Oh, ja. Oh, ja. Oich. Magen? Ja, nehm! Naamos. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wasser So, das sind jetzt die drei Kämpfen. 11 könnte ich noch machen, aber brauche ich ja jetzt nicht. Daher, abschließen. Zweimal aufhalten und spalten. So, das ist das. So, das ist das. Bis dahin. Den habe ich schon da. Den habe ich noch nicht. Den habe ich noch nicht. Na, das sieht so ähnlich aus. Aber den habe ich schon. Gut. So. 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 Und den Nächsten auch. A40 Ein Krieger ist das. A40 Also, das sind zwei Krieger und das ist ein Magier. Das ist auch ein Krieger. Nehmen wir den mal. Ja, ne? Damit er komplett ausverfindet. Probier mal. Da ist es zu weit kommen. Ja. 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 Boah. Drei Level fehlen. Oh, ich darf nur 16 Helden haben. Zwei Mal für die Kämpfe. Das ist auch mal eine schöne Sache. Zwei Mal für die Kämpfe. Da gucke ich einfach noch mal ganz kurz. Was ist denn das hier? Ach, da sind das. Nur eins an. Ja. Auf die Helden wollte ich nochmal gehen. Christa. Also, die muss ich bemerken. Nein. Ja. 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 Die waren Krieger. Und die. Im Mittel. Oh, der ist auch noch. Krieger. Da. Die sind noch nicht. Oh, das ist alle, was ich nicht wiederum zumal. Ach, die waren wir noch. Der war Attentäter Der war auch Rage Und die war Heilerin Ja Heilerin und Heiler Und er war noch Krieger Dann nochmal auf Missione Dann gehen wir da rauf Dann gehen wir da rauf Und dann suchen wir uns hierzu Die Leute zusammen Er war der Krieger Er war der Krieger Sie war Heilerin Warte mal, der hat auch was Dann nehm ich den nochmal mit Dann nehm ich den nochmal mit Oder warte mal ne Dann nehm ich nochmal von den her mit Und die Erzeilerin Und die Erzeilerin So Dann greifen wir an Zack Das war jetzt schon die Quest Und die hier auch noch 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 Ich bin ja diese Lilaen Dinger Für die Ähm Fürs Aufleveln Hier Lila und Grün Das war Und Hälschen Ja Oh Und das war es dann auch schon mit den Davies Ganz schnell gespielt Ganz schnell fertig Ganz schnell fertig Und eins Und zwei Und die Und das war es dann auch schon mit den Davies bei Iron Hero dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.